So kalt, so frostig, so elend, so traurig, so triest, lasst euch die Temperatur so sehr verzagen, oder ob es eure Existenz am Tisch ist. Genau, so viele Dinge demolieren euch hyperaktive Zentaurern, doch lasst euch nicht davon verwirren, das entspricht eurem Hirn. Okay, und was machen wir jetzt? Ich bin so froh, dass du fragst. Leute, seht unter euren Sitzen nach. Die Tüten laden euch ein, ihr atmet hinein, beim Aus- und beim Einatmen können die Tüten ein Hilfsmittel sein. Das Leben fällt uns oft so schwer, und wir leiden darunter so sehr, nehmt die Tüten, dann wird das Leben erträglicher sein. Die Tüten laden euch ein. Das war sehr hilfreich, aber wir bleiben beim König von Nirgendwo. König von Nirgendwo! Stoßen wir uns an allem die Hörnerwund, dann handeln wir töricht und ungesund und helfen dem König von Nirgendwo sich zu entfalten. Ihr glaubt, dass es gut mit euch beint, doch in Wirklichkeit ist er der Feind. Hier zeigt sich ganz deutlich, ein schlechiges Bindungsverhalten. Ihr habt es kapiert, Tüten laden euch ein. Atmet hinein. Hört euch nicht mehr so schrecklich und superzerbrechlich und wickrig und klein. Hört euch nicht mehr so schrecklich und fragt nicht lang, was dieses Pferd soll, denn du und ich und wir sind sehr wertvoll. Diese Tüte soll nun unsere Flagge sein. Der König guckt ganz wenig rein, denn wir achten ganz frei dazu, laden die Tüte und schreien. Wann liebe Glendale? Wenn ihr geht, könnt ihr eure Waffe und ein Exemplar meines neuen Buches mitnehmen. Mein Bauch, dein Schmerz. Sag nein zum Ja des Stresses.